Funke-Runden in Hamburg findest Du auf folgenden Kanälen. Die norddeutsche Runde auf Kanal 24 und 26 USB, jeden Dienstag ab 20.30 Uhr. Die CB-Runde Norddeutschland sendet auf dem Kanal 17 USB, jeden Sonntag ab 17 Uhr. Eine Notfunk-Runde Hamburg-Ost findest Du auf dem Kanal 29. Jeden Mittwoch ab 19.30 Uhr. Viel Freude beim Funken wünschen wir Euch! Im östlichen Stadtgebiet in Hamburg findest Du die Funke-Runden auf dem Kanal 78 und dem Kanal 6. Im nördlichen Stadtgebiet von Hamburg kannst Du auf dem Kanal 13 funken. Auch Hamburg-Altona hat eine nette Funke-Runde im Angebot. Du findest sie auf dem Kanal 26. Und in Mitte Hamburg findest Du eine nette Funke-Gruppe auf dem Kanal 69. Auch in Niendorf wird gefunkt. Und zwar auf dem Kanal 26. Und in Stellingen ebenso auf dem Kanal 26. Auch die Amateur-Funker bieten eine nette 80 Meter Notfunk-Runde an. Du findest sie jeden Mittwoch ab 18.45 Uhr auf der Frequenz 3,760 MHz LSB. Liebe Grüße von hier aus gehen an den lieben Nils. Viel Freude beim Funken wünscht Euch Eure Ani.